Okay, wir gehen auf die Party. Jeder für sich als einzelner Gast. Ethan koordiniert die Aktion, während Jane sich die Codes... Sich die Codes von dem Milliardär holt. Ich schalte das Gebläse aus, du springst in die Computeranlage, ich fang dich auf, du schließt den Transmitter an, Ethan flüstert mir die Codes zu, mit deren Hilfe ich Hendricks lokalisiere. Okay, ja, aber du, ähm, du bist da gerade über was weggehuscht, die Sache mit der Computeranlage, zu der ich irgendwie runterspringe. Und ich dich auffange? Ja. Ich fang... Was ist daran so schwer zu kapieren? Wie jetzt? Was? Das ist ein Sprung von acht Metern. Ich habe eher Bedenken wegen der Hitze. Wegen der Hitze? Welche Hitze? Na ja, wie das mit Computern so ist. Ist der Ventilator aus, dann werden die richtig heiß. Na klar. Relativ heiß. Klar werden die heiß. Das bedeutet, ich springe in, ähm, in, 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 in einen Ofen. Sozusagen. Ja, sozusagen. Aber, ähm, ich fang dich ja. Toll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020